Funktioniert, weil so habe ich Sonderpop-Koms gebraucht. Das darfst du aber gegen niemanden außer gegen Chris einsetzen, okay? Ja, das wird auch so gemacht. Ach, Paco. Aber du machst mich auf ein ordentliches Level, wenn du schon cheat musst. Ja, du bist schon auf Level 54. Also Level 100 finde ich schon angebracht. Auf ein nicht übertriebenes, meine ich. Ja, wir sehen sie, seht's positiv. Ich verliere gerade Zeit. Es ist uns doch egal, du bist sowieso noch viel zu weit vorne mit der Zeit. Ich könnte schon durch sein. Oh, that hate. Um, my exes. Ach komm, weg dafür. Ist ja voll lustig, wenn du das lernen könntest. Das wird immer besser. Habt ihr schon mal einen Sumpex mit Knochenmarrang gesehen? Nein, ich schon. Mit was haben wir? Mit Knochenmarrang. Noch vier Minuten, dann sind wir Chrissi los. Das reicht, um das Sumpex auf Level 100 zu kriegen. Wollen wir dann, wenn Chrissi weg ist, dann die Arenaleitern machen? Ich würde es noch mit Chrissi machen. Chrissi muss um 19 Uhr abbauen, das schaffen wir nicht mehr. Dann machen wir sie gleich noch. Muss nicht abbauen. Musst du nicht? Nein, meine Mama hat mir geschrieben, dass ich nicht muss. Hi. Okay, dann bin ich mal kurz weg, Leute. Wir sehen uns dann gleich. Ihr könnt euch ja mal einen großen Rührung angucken in der Zwischenzeit und den Leuten zuhören. Bis gleich. Ja, oder ihr könnt ja auch... Weiß nicht. Hi, ich bin mehr doof. Ich bin hier und sag komische Sachen und bin doof. Hi. Ich hab den Stream nicht mal angeschaltet, so mein Stream ist auch wieder an. Äh... Mein Team ist jetzt soweit in Showdown fertig? Ja... Hoffentlich. Mein Team ist soweit. Also meinetwegen können wir... Können wir gleich starten. Ich hab z.B. auch in meinem Stream ist z.B. auch die Tabelle mit Punkteständen momentan. Also wie es jetzt grad schon steht. Das ist irgendwen interessiert. Aber noch nicht mal die Teilnehmer interessiert, also... Ja. Ich bin hier generell gebobbt, ausgegrenzt und so. Deswegen spendet er mich. Ein Herz für mir, du. 33, 7, 12, Postleitzahl, Köln. Weiß? Hargo, ich fang wieder an sinnlosen Kram zu labern. Helf mir. Ich find das gut. Unterhalt die Leute. Ich bin damit beschäftigt, meinen... meine Tod zu erschummeln. Ach, Mann. Hargo, bleib regelkonform. Hargo, bleib regelkonform. Nur noch 6 Level, dann bin ich wieder ansprechbar. Hargo, bleib regelkonform. Ich benutze es nicht, außer gegen Chrissy. Kann ich eh nicht aufhalten. Nein. Meine Challenge, meine Regeln. Ach, jetzt ist es deine Challenge. Ja. Dann nehm ich meine Tabelle und flieh nach Dänemark. Ist mir egal. So. Level 100. Meine Tabelle, die du gelöscht hast. Ja. Denk da mal drüber nach. Ich kann die wieder herstellen, jaja. Moment. Wie viele Buchstaben darf so ne Box enthalten? Schau mal. Ähm. Ähm. Ich denk mal 10, wie die Pokémon auch, oder? Haben wir hier Zahlen? Dann kann ich Hate mit 8 schreiben. Ja, das passt rein. Super. Ich glaub, ich fang mit dem Habitag. Einfach wegen dem anderen Chris. Aber der nimmt jetzt nicht mehr teil, aber... Gut, ich kann sie tatsächlich Hate Chris nennen. Super. So, Zoompix. Da kommst du jetzt rein. Guti. Guck gleich noch irgendwer in irgendeinem Stream grad zu. Bei mir nicht. Außer Space Ace. Aber der hat ewig nix mehr geschrieben. Ja, Space Ace ist auch bei mir. Weiß hab der noch da ist. Und halt im Necrox-Chat ist noch Frostkatze, wenn der die das noch da ist. Ist bei dir wer, Chris? Äh, ich glaube Shadowwach. Okay. Ich glaub wirklich, wenn du mal Subs Kriegsparko brauchen willst, bleib'n Chris Emote. Ja. Nein. Da ist, da ist sein blutiger Kopf drauf. Und ich hätt' gern Mito Please. Mito Please Emote hätt' ich gern. Wir wollen's mal nicht übertreiben. Oder ein Badger. Oder sowas. Oder ein Badger. Nein, ich bin ich. Das wär aber nötig. Ich glaub nicht. Oder ein Screw-Tech, please. Das find' ich auch. Hat das sich kein XY handelt, dann hätt' ich mir ein Krypuk gezüchtet, das so heißt. Wird dir dann gegeben, vielleicht. Ach. Ach. Pandi und Flurmel. Oh. Hier ist Punkt Ahoy. Ich hab' die besten zwei Pokémon für'n Doppelkampf grad vorne in meinem Team. Mein Parodisites mag, äh, Meganio und mein schlafendes Stollrack. Schön. Fargo freut sich. Total. Warum ist mein... Warum ist mein... Warum ist mein Stilf wieder abgeschaltet? Mein Gott. Wieso? Chris leidet. Ich dachte, das freut mich. Oh Gott. Nein, so nachtragend ist Pargo auch nicht. Doch. Fast gar... Nein! Nee! Fuck. Pargo wäre niemals nachtragend. Pargo will einfach nur Blut sehen. Blut. Oh nein. Chris, Pargo redet von selbst in dritten Person. Das ist nie gutes. Wo kann man doch mal vergessen, dass die Attacken wieder... Doppelwechsel fertig ist. In der Hölle! Ach so, da. Okay, da will ich jetzt aber nicht hin eigentlich. Pargo, ich hab' nichts getan. Sei nett. Nein. Nein. Boah, ich steh endlich auf, du Scheiße! Du bist gleich tot! Bist du verwirrt? Dein Ernst? Minus.Incoming? Au, das war grad mein Kopf. Kein Problem. Brauchst du doch eh nicht. Ah, Frostkarts ist noch da. Wird gelesen, aber hey. Ich mach'n doch mal ein Kling. Ach, was machst du? Ich mach'n doch mal ein Kling. Ach, was machst du? Ich bin gerade so ruhig. Oh mein Gott. Oh scheiße, Nindjahrung. Hast du dir jetzt Eins zum Pixel gemacht oder Sechs? Eins. Achso. Das reicht. Darf ich mich von den Kämpfen krank schreiben lassen? Nein. Krank schreiben, nur bei der Test. Wag es ja nicht. Die Seriösität dieser Challenge ist von Gen Null. Ja, ich merk's. Ich bin aber krank. Das geht so nicht. Ich hoffe, du hast etwas Schlimmes. Etwas Unheilbares. Dass du über die Kämpfen freigesprochen werden durch dein frühzeitiges Ableben. Nenn sie mir so eine Krankheit. Aids. Hm, such dir eine aus. Mir fällt da mehrere rein. Aids Creeps. Mein Glückwunsch. Das tötet alles zu langsam. Äh, Sebulavirus. Wie wär's mit Lepra? Lepra geht schnell. Krieg bitte Lepra. Da fällt's ja nur auseinander. Das reicht mir. Ich seh's, komm, ich werd ihn noch besiegen, während mir über die Finger abfallen. Das werden wir noch sehen. Und der letzte Gnadenschuss ist mein Herz, was aus meinem Körper rausfällt und auf die A-Taste kommt. Ja. Dabei wünsch ich dir viel Glück. Mit Ropi aus der Ha- aus der Hosentasche. Doch, wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich der beste Film, den wir ebenfalls hatten. Für euch vielleicht, für mich aber nicht. Gut. Ich find's lustig. Ich kann nicht, was du hast. Ich find's lustig. Ja, hast du mich auch nicht. Ich bin hier, um ein Arschloch zu sein. Das ist meine Aufgabe. Ich hab das Gefühl, dass mir mein Mittagessen bald wieder rauskommt. Gut. Ach. Ach, ich denk gegen deinen Lebelle drauf. Ach, ich kann nicht tausen. Wo ist Tommy? Essen. Ach ja, genau. Wie ein kleiner Leck, warum auch immer. Ach, es ist das. Oh. Ach, komm. Was ist? Der, der senkt die ganze Zeit meine Genauigkeit. Das find ich nicht cool. Ach, was. Oh, verdammt. Irgendwann werd ich auf einmal so müde. Ach. Wird dir kalt? Oh, ein bisschen. Geh einfach ins Licht. Geh einfach ins Licht. Das Licht ist dein Freund. Hargo, kennst du die Grenze? Nein. Bist du rüber. Gut. Warum gibt es hier keine Grenzkontrolleure wie damals in der DDR? Das könnten wir jetzt gebrauchen. Ach. Oh, okay. What the fuck ist mit dem Meisterball passiert? Warum? Er ist jetzt ein Luxusball. Oh. Also du hast ja einen Meisterball gescheatet, um ein Dings zu machen. Nein, ich hab den Meisterball im Aqua-Versteck gefunden. Es ist jetzt ein Luxusball. Luxuriös. Der wurde irgendwie ein bisschen abgestuft. Es ist aber noch ein Ball jedenfalls. Höhö, Bälle. Och, wirklich sechs Pokémon. Dann noch ein Doppelkampf. Ja, Reda wird lustig. Definitiv. Warten wir auch in Dingskirchen. Doppelkämpfen, kämpfen, 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 kämpfen. Doppelkampf, kämpfen, 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 kämpfen. Ja, Reda ist das. Nein, ich werde nicht öffnen.